Punkt Nummer 3, Digitalisierung ist eine Modeerscheinung. Das wird gehen, das sage ich euch. Digitalisierung, so ein Blödsinn. Was Sie machen müssen, ist ganz einfach. Top produzieren, Qualität, 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 dann wird das auch gekauft. That's it. Da brauchen Sie keine Digitalisierung. Ofen an, beste Qualität, backen, top, 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 Qualität, dann wird das verkauft. Ja, Verkauf ist auch so eine Sache. Aber ich gebe, ich muss aufhören, drei Punkte sollen genug sein. Zusammengefasst, stellen Sie keine jungen Menschen ein, nicht mehr zu gebrauchen. Punkt 2, erzählen Sie ja nichts von sich selber. Keine private Geschichte. Und seien Sie intransparent. Möglichst wenig zu schreiben, erzählen, einfach immer Türe schließen. Und Digitalisierung ist eine Modeerscheinung, braucht Sie nicht. Qualität, 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 dann wird das auch gekauft. So, ich hoffe, alle haben das so aufgeschrieben. Und dann wird 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 das so aufgeschrieben.